So, liebe Leute, das ist Hamburg und hier wird jetzt gelandet. Mal gucken, dass wir das auch schaffen, ne? Hey, die Witzke, der Kapitän. Ja, wir sind ja noch junge Talente. Ganz junge Talente. Ja, 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 ja. Ja, ja, etwas zu früh, aber zumindest sind wir nicht ganz verkehrt gelandet, ne? So, das ist hier eine wunderbare Simulation. Hamburg, wir haben es geschafft, liebe Freunde. Wir sind da, wir sind da, von Athen bis Hamburg in einem Rutsch. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. So, da hinten ist der schöne Flughafen. Oh. Da muss man jetzt langsam ausrollen. Ui, ei, 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 ei. Ui, da wird's gerade Kapitän. So. Jetzt geht's ab ins Bett. He, he, he. So. Und da hinten starten schon mal die Nächsten, das ist schon mal ein geiles Teil, ne? So, liebe Freunde, wir schauen jetzt mal ab. Wotztifizifizifat, tschüss und tschüss, auf Wiedersehen. Womps, 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 womps. Bis später. Womps, 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 womps. So, machen wir mal die Klappe auf, damit der auch mal ein bisschen Frischluft kriegt, der gute Pilot. Ne? So. Zack, dat war's. Und tschüss. Adena haben wir euch. Das Leben ist eine Simulation.